Hallo und herzlich willkommen zum Bock auf ein Game? Abonnenten-Spezial. 100. 100 Abonnenten haben wir. Wir machen heute, ja, es ist eine komische Situation für uns und ich muss die ganze Zeit hier was verdeckt halten. Und zwar machen wir heute ein Unboxing. Genau, wir haben uns gedacht, beim letzten Mal haben wir uns ja nicht so viel Mühe gegeben, deswegen geben wir uns jetzt Mühe mit diesem Unboxing, genau wie Piet schon gesagt hat. Dann zeig doch mal, was wir heute unboxen. Ich lüfte jetzt das Geheimnis. Ha! Tada! So, dann bin ich mal gespannt. Pack doch mal aus. Okay. Oh, ja, was ist das? Kannst du es lesen? Ja, irgendwie. Lies mal. Kinderüberraschung. Ah ja, okay. Dann reiße ich es mal vorsichtig auf. Oh, das geht aber gut. Guck mal hier, wir haben ja so eine Naht reingemacht. Hier. Guck mal, wie gut man das aufreißen kann. Exakt zur Hälfte aufgerissen. Was? Ja. Und jetzt nehme ich es raus. So, und jetzt haben wir hier so ein Schoko-Ei. Wenn ich das noch länger anfasse, habe ich Schoko-Hände. Was ist denn los mit dir, ey? Okay, ich mache es jetzt auf, indem ich es durch, ich knacke es an, okay? Ich knacke es an. Ich habe es angeknackt. Und jetzt kann ich es hier ganz vorsichtig, ich versuche es. So, das ist jetzt erst mal das erste Ergebnis. Ja. Tu mal alle anderen Sachen schön zur Seite, damit wir nachher nochmal zeigen können, was alles drin war. Was man alles hat, ne, davon. So, uns interessiert erst mal nur das Gelbe hier, die Box. War das eigentlich die Mädchen-Edition? Weiß ich, die schöne Farbe war das. Ja. So. Oh, das macht einen schönen Sound. Nice. Was ist das? Was ist das? Hier ist noch eine lange Anleitung bei. Was ist das? Okay. Warte, was? Das kann springen. Nee. Doch, das machen wir gleich. Aber wir haben hier, glaube ich, auch noch Aufkleber, oder? Hä, ist das, ist das von, wie heißt dieses Handy-Game noch? Ähm. Von diesen, äh, diese Schweinchen. Wie heißt den, äh, Angry Birds? Wir probieren das mal aus. Man, ich mach mal, ne? Ich, das war gar nicht mal so leicht, also. Wie, und dann soll ich ihn loslassen, oder was? Ich checks nicht. So. Warte mal ganz kurz. Runter, und dann soll er hochgehen. Okay, alles klar, mach ich. Ich check's nicht, Alter. Ist das scheiße? Es ist schwieriger als so manches Game, das wird dann. Okay. Ja, so, ist nicht schlecht, ey. Ich check's überhaupt nicht. Mal noch einmal reingucken, einmal noch. Ja, okay, also das, das funktioniert nicht, oder wie? Ja, ich weiß nicht. Ah. Und jetzt? Ja. Ja, super. Also dann, zeig doch noch mal, was haben wir alles gehabt. Das war das erste, wir haben die Verpackung. Dann haben wir zwei Eier. Also eigentlich ein Ei. Ja. Und das hier war da drin, so. Soll ich das alles wieder zumachen? Nö. Was ist da hinten noch für ein Zettel, Beipackzettel? Was steht auf dem noch drauf? Weil wir können ja auch ein Boxing-Video machen. Kein Unboxing, sondern ein Boxing-Video. Nee, nee, vielleicht beim nächsten Mal. Okay. Ja, falls ihr Bock habt, dieses UI-Überraschungsgelöt zu gewinnen, dann... Dann könnt ihr's haben. Ja, schreibt irgendwas in die Kommentare. Schreibt Hashtag 100. Ja, voll gute Idee. Ja, voll gute Idee.